Jo Leute, was geht, Walot haben wir am Start, wir haben den 10.10, 11.15 Uhr, ja mal schauen, was heute so geht. So, jetzt noch ein bisschen in der Lobby chillen, ein bisschen labern und so. So Leute, jetzt erstmal gut was essen. Und nebenbei noch ein bisschen mit einem Kollegen am zocken, muss auch mal sein. Alter Leute, ich hasse mein Internet, ich schwör's euch. Das ist jetzt gefühlt das sechste Mal oder so. So, jetzt erstmal ein bisschen Musik hören. Und mich mal bei Juggle anmelden und mal schauen, ob das Ganze wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll und ob es gut funktioniert. Mit der Seite kann man angeblich innerhalb weniger Zeit gut Geld verdienen. Ja, keine Ahnung, wenn das gut funktioniert, werde ich dazu ein ausführlicheres Video bringen. Und dort kann man auch Netzwerke erstellen. Dann würde ich euch alle einladen, um in mein Netzwerk reinzukommen. Und ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, ich probiere das Ganze jetzt erstmal aus, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert und wenn es gut funktioniert, dann werde ich euch da Bescheid geben. Und werde euch auch erklären, wie die ganze Seite genau funktioniert und genaueres zu der Seite euch sagen. Jo Leute, was geht? Heute ist irgendwie voll der langweilige Tag, keine Ahnung. Ist irgendwie so ein Tag, wo ich gar keine Motivation habe, irgendwas zu machen. Gammel eigentlich den ganzen Tag schon im Bett, höre Musik, schaue YouTube-Videos, zocke. Keine Ahnung, halt voll der Gammeltag oder so. Kennt ihr so Tage, wo ihr absolut gar keinen Bock habt, irgendwas zu machen? Keine Ahnung, wo ihr euch richtig zwingen müsst, aufzustehen und so, kennt ihr das? Das ist absolut gar keine, keine Ahnung, gar keine Anspuren oder so, gar keine Motivation für irgendwas. Saumies, naja, egal, gleich mal noch was zu essen holen, beziehungsweise machen. Und dann mal schauen, was heute sonst noch so geht. So Leute, jetzt noch ein bisschen was snacken. Und zum Trinken ist schön gekühlte Apfelschorle am Start. Und dabei noch ein bisschen American Dead schauen.